Mühlen hatten im Mittelalter eine wichtige Bedeutung für das Wirtschaftsleben in Anweiler. Es gab Getreidemühlen zum Mahlen von Mehl, Lohmühlen für die Gerberei, Hammer- oder Wappenschmieden, Säkmühlen, Schleifmühlen, Ölmühlen und Papiermühlen. Wasser war ein wichtiges Element zur Energieerzeugung. Der Schaubetrieb hinter der Stadtmühle am Beginn der Gerbergasse demonstriert, wie Wasserkraft auch zur Stromgewinnung genutzt werden kann. Die Stadtmühle war früher eine Getreidemühle und noch bis in die 50er Jahre hinein in Betrieb. Im Mittelalter scheint die Mühle eine Bannmühle gewesen zu sein. Die Bauern im Bannkreis waren verpflichtet, ihr Getreide dort mahlen zu lassen und mussten dafür eine Mahlgebühr entrichten. Als die Mühle aufgegeben wurde, beherbergte das Gebäude die Stadtbücherei, heute wird es für Büroräume genutzt.